Es muss raus, raus, wir kämpfen! Hey! Hey, hey, hey! Wir kämpfen! Wir haben heute die AfD auf dem Pankerfest symbolisch eingemaut und als Tatort Rassismus markiert. Wir rufen dazu auf, vor den Wahlen mit Aktionen gegen die AfD zu agieren. Und am nächsten Wochenende wird es dazu einen Unterschied zu Aktionen geben. Und das sollte sozusagen der Auftakt sein. Wir sind heute zum Stand gegangen und haben vor dem Stand eine symbolische Pappmauer aufgebaut, Flyer verteilt und Sprüche gegen die AfD gerufen. Die Mitglieder sind dann sofort aggressiv geworden, haben die Mauer umgestoßen, haben Antifast weggeschubst. Genau, wir sind darüber eigentlich etwas verwundert, weil wir eigentlich sehr friedlich waren. Und das zeigt aber, dass die AfD es nicht mehr akzeptieren kann, wenn wir ihnen eine Pappmauer vor die Nase setzen und sie als rassistische Brandstifter markieren, während sie an den europäischen Außengrenzen Mauern errichten wollen und den Schießbefehl durchsetzen. Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Schuss!